Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man eigentlich so eine Vignette hier ohne Kleberückstände von unserer Windschutzscheibe ganz einfach entfernen und auch ablösen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zu Beginn noch der Hinweis, das Wiederverwenden von so einer Vignette ist auf jeden Fall illegal und zieht sehr hohe Geldstrafen mit sich. Wenn du jetzt aber zum Beispiel ein Auto oder auch einen Scheibenwechsel hier hast, dann kannst du immer noch eine Ersatzvignette anfordern und das Geld ist nicht weg. Ich habe mir jetzt mal etwas Küchenpapier unter meine entsprechende Stelle gelegt und jetzt entweder mit einem normalen Glasreiniger mal die Vignette wirklich schön ansprühen oder du verwendest gleich so einen speziellen Industriereiniger. Mit diesem geht das Ganze einfach noch einmal viel effizienter und hier wirklich schön einspülen, dass er überall ist. Als nächstes nehmen wir so einen normalen Ceranfeldschaber aus unserer Küche und mit diesem müssen wir jetzt einmal in einem flachen Winkel hier außen an einer Ecke schön ansetzen. Wichtig ist, der Winkel sollte nicht zu steil sein, da man sonst Gefahr läuft, dass man irgendwie die Scheibe zerkratzt und bei mir kann man jetzt denke ich schon relativ gut sehen, dass sich die Ecke hier außen auf jeden Fall schon schön gelöst hat. Hier sollte man am besten dann gleich nochmal unter dieser Ecke auch wieder etwas von dem Glasreiniger bzw. Industriereiniger reinsprühen und dann mit der einen Hand immer etwas weiter ziehen und mit der anderen kann ich noch schauen, dass ich mit meinem Ceranfeldschaber hier noch das Ganze besser lösen kann. Bei mir hat sich das Ganze jetzt wirklich schon toll gelöst. Ich habe die Winette schon fast ganz abziehen können, jedoch habe ich hier jetzt auch noch lauter so kleine Kleberückstände und die muss ich natürlich auch noch wegbekommen. Hierfür gehen wir jetzt eigentlich wieder genauso vor. Ich muss wieder etwas von meinem Industriereiniger hier hinsprühen und dann in einem flachen Winkel schöner mal mit meinem Ceranfeldschaber hier die ganzen Kleberückstände wegbekommen. Bei mir geht das jetzt auch wieder relativ gut. Zum Schluss am besten noch ein Mikrofasertuch verwenden, mit dem die Stelle jetzt noch einmal sauber reiben und bei mir sind auf jeden Fall jetzt auch alle Kleberückstände schon schön weg. Im Notfall muss man natürlich mit dem Ceranfeldschaber noch etwas länger daran arbeiten und somit haben wir unsere Winette jetzt auch schon richtig entfernt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so einen Industriereiniger oder auch einen Ceranfeldschaber zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenhersteller zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir also eines von diesen Produkten hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.